Hallo und Willkommen zurück zu Let's Play Soulblazer. Ich habe den letzten Part ja schon angekündigt. Schau mir mal kurz Grasso Valley Offscreen an. Verdammt, ich bin immer so verfleimt. Tut mir echt leid. Und ich habe herausgefunden, wo ich den Pass benutzen kann. Aber erst reden wir mit dem neuen alten Mann. Nachdem ich meine Frau an den Folgen einer Krankheit verloren habe, fiel mir eine Ziege auf, die sich am Haus aufhielt. Ich war so einsam, dass ich mich dazu entschloss, sie zu behalten. Naja, es ist deine Frau. Ich weiß nicht, ob es etwas für die Inkarnationen gibt. Auch wenn ich nicht mit meinem Mann reden kann, so genieße ich seine Anwesenheit. Weil, da war noch etwas versteckt, ein Junge vor einem Durchgang. Oh, der Pass. Wo hast du ihn gefunden? Du kannst jetzt durch. Ich denke, lass mich durch. Würdest du etwas zur Seite gehen, damit ich dich durchlassen kann? Oh Mann. Ähm, wir nehmen wieder das Schild am Mann. Wieder das Falsche. Wie immer. Und wo sind wir nun? Hier. Ich bewache diese Welt. Bitte nehmen dieses Schwert. Dieser hielt das Heilschwert. Sehr gut. Mach weiter so. Viel Glück. Äh. Der HP wäre nach dem Sieg wieder aufgefüllt. Ey, das ist cool. Aber ich muss erst mal bei der Satette zu Klinge bleiben. Weil ich ja die Metallmonster kaputt machen muss. Aber sobald wir die Metallmonster geschlagen haben, werden wir natürlich das neue Heilschwert auswählen. Ich dachte, jetzt da oben gibt es was anderes. Ein Emblem oder so. Es hat sich jedenfalls gelohnt, zurückzukommen. Sagen wir es mal so. Habe ich überhaupt jemals mit diesem Jungen geredet? Was soll's? Wir gehen ab wie gut. Wo kannst du mir weiterhelfen, indem ich mich bewegen darf? Entschuldigung, ich muss grad mal einen Schluck trinken. So, ähm. Wir sollten gleich in den Tempel des Feuers gehen. Ne, das ist der Tempel des Lichts. Ich glaub, da müssen wir mit einem andern Schwert zurücknehmen, ich sage, das Geistermonster schlägt. Ja, ja. Immer, immer, aber auch bei ein neues Schwert. Ha, ich seid jetzt wohl ein Hitz. Na komm. Komm auch noch raus. Ey, er hat mich getroffen. Immer verarschen mich diese Drachen. Jedes Mal. Egal wie lang's dauert. Und hopp. Bingo. So. Feuerskorpione, äh, ich mein Metallskorpione. Ihr seid überall. Das muss ich euch nur noch finden. Und ich muss euch eurer Vernichtung zuführen. Allerdings, ihr seid gar nicht so leicht zu finden. Ey, wo ist er denn? Wann ihr auf der anderen Seite? Aha. Gut, das musst du auch eingeben, mindestens. Das Gute ist, dass die ganzen Sachen hier immer Shortcuts bilden. Ey, er hat mich getroffen. Das hat zwar nicht besonders weh getan. Die konnten einem ja nicht zu viel Schaden geben, damals. Als man noch so klein und schwach war. Zehn Level unter dem. Aber trotzdem. Und... Aha, hier gibt's was. Ich bewahre diese Welt. Nimm bitte dies. Blazer erhielt Erfahrung. Bitte so nach Greenwood zurück. Nur ein paar Erfahrungspunkte. Keine Magie. Ey, das wollte ich nicht. Was nochmal? Äh, ich wollte dich doch gar nicht. Nö, verdammt. Okay. Das war ja jetzt nicht weit weg. Und äh, wir reden dann gleich nochmal an HMD. Vielleicht gibt ihr uns nochmal Erfahrungspunkte? Was sagst du eigentlich? Achja. Das wüssten wir bereits. Ähm. Jaja, ist gut. Haben wir jedenfalls gut für den letzten Kampf gebrauchen. Ich bin falsch. Immer wenn nicht falsch. Achja, das Vorteil des Meisters ist ein Wächter des Waldes. Kann ich eigentlich mit dem reden? Nee, irgendwie nicht mehr. Ich bin wieder falsch, stimmt's? Immer wenn nicht falsch. Also heute lieg ich wirklich nur falsch. Ähm. Okay. Also wieder in den Tempel des Feuers. Lass mich in Ruhe. Äh, Feuerwände tun mir nicht weh. Nur ein bisschen... ...du verschwindest. Und... So, ich wollte nochmal mit dem da reden, der... Äh, Entschuldigung. Mit dem reden, der mich eben versehentlich zurückgeschickt hat. Bleiben. Und guck mal. Das ist aber immer nur ein Punkt, okay. Okay. Allerdings, wenn man wirklich geduldig ist, könnte man sich damit auf die Level hochmachen. Aber da müssten wir wirklich sehr, 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 sehr geduldig sein. Gut, gehen wir ins nächste Gebiet. Da war es noch viele, viele Skorpione. Übers heiß. Efterhin muss ich auch wieder die Eisrüstung wieder auspacken. Um über die heißen Brücken zu laufen. Aber naja. Bleiben wir jetzt erstmal bei unserer Magierrüstung. Ähm, aber jetzt suchen wir Skorpione. Wo seid ihr denn? Wo seid ihr denn? Skorpione erinnert mich an Pio und Skora. Das ist Käfergift-Vokummon aus der vierten Generation. Da sich bei seiner Entwicklung irgendwie so Unlichtgift entwickelt. Also kein Käfer mehr ist. Das waren noch nicht alle. Er muss jedenfalls hier ganz schön gestört. Das weiß ich noch. Komm her. Er läuft auf mich zu. Das waren immer noch nicht alle. Wo seid ihr denn, meine Süßen? Jedenfalls ist hier euer Apfel. Obwohl Skorpione sind nicht besonders süß. Gibt es irgend so ein Bild im Internet? Ich versuche es mal auf Deutsch zu sagen. Skorpione sind der Weg der Natur zu sagen. Man nimmt Spinnen, Bienen und Krebse und sagt, fuck you. Ähm, genau weiß ich den Schwuppen nicht mehr, aber ungefähr so war der. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob Skorpione gibt, die wenig giftig sind. Ich glaube, die meisten sind wirklich verdammt sehr giftig. Und da muss man unbedingt in die ärztliche Behandlung, wenn man von denen gestochen wird. Ach, eine salzame Flasche. Also das ist keine tolle Belohnung für all diese Skorpione. Ich fühle mich verarscht. Ich bin sehr enttäuscht von euch. Wo war denn die Treppe? Wo war sie? Gute Frage. Wo war die Treppe? Äh, suchen wir. Irgendwann muss sie ja sein. Wir waren hier schon mal und wir sind irgendwie durchgekommen. Eine Treppe gibt es also auf jeden Fall. Hier kamen wir. Ja, und hier können wir auch weiter. Jawohl. Wir durften jetzt die Feuerwürden kommen, also sollte ich gleich mal zur Eisrüstung wechseln. So. Ohne nicht vergessen, die Blasenrüstung wieder zur richtigen Rüstung zu wechseln. Wenn wir hier fertig sind. Ähm, ich glaube im Tempel des Lichtes gab es keine Metallmonster mehr. Hier ist nichts. Nö. Gut, dann laufen wir halt noch ein bisschen weiter. Suchen die nächsten Skorpione. Das war eines der Backtracking hier. So. Ähm, war das der richtige? Ja, hier sind die Skorpione. Da oben sind noch mehr. Und nochmal. Oh, ich habe mich von ihnen treffen lassen. Jetzt habe ich auch ein bisschen mehr Schaden genommen. Da oben sind die nächsten. Und wir laufen über die Brücken. Und laufen, und laufen, und laufen. Und es tut uns überhaupt nichts, obwohl wir total heiß sind. Wir haben die Eisrüstung und das ist super. Aber die Eisrüstung ist bestimmt sehr kalt. Das waren noch nicht alle. So, und ich glaube auf den nächsten. Seit ihr gab es noch ein paar genau. Ach, an die Stelle erinnere ich mich. Da bin ich mal zurückgelaufen, als ich ein Part beendet habe. Offscreen. Um euch nicht zu viel Weg zu zeigen. Das waren ja immer noch nicht alle. Nö. So, da sind sie. Einfach wieder richtig stehen. Zack. Sonst hat's so Schwert müssen wir halt auch erstmal für Dr. Leo eine Weile behalten, weil da wirklich sehr viele Metallmonster sind. Und das ständige Hin und Herwitz sind wir einfach zu kotzen, deswegen. Aha. Jetzt müssen wir nur noch ihr Portal finden. Weißen ist das jetzt ziemlich weit weg. Hier vielleicht? Nein, hier ist nur eine Truhe. Und hier? Groß, ja. Da ist es. Es wird noch etwas befeilt. Einen weiteren Vogel. Ach, da hinten. Ganz da hinten. Was machst du denn da hinten, kleiner Vogel? Okay. Hier nach oben. Und nochmal nach oben. Und wir sind wieder am Anfang. So, wir gehen noch kurz in den Tempel des Lichts. Was sind die Floße uns? Jawohl. Und schauen, ob da vielleicht doch Metallmonster waren. Aber ich glaube eher nicht. Und dann gehen wir wieder zurück. Und werden uns auch nochmal die Meerjungfrauenwelt vornehmen. Denn da gab es auch noch Metallmonster. Die wir noch nicht erledigen konnten auf der einen Insel. Die Vulkaninsel. Ja, hier ist nur eine Monsterhöhle. Das heißt, es sind diese Geister. Die können wir mit dem Schwert nicht erledigen. Da gibt es noch ein anderes Schwert für. Hab vergessen, wie es heißt. Sorry. Keine Ahnung mehr. Dann wollen wir mal zurückgehen. Da folgt uns ein kleiner Schmetterling. Aber du tust uns nichts. Der Feuerball hier ist jetzt auch egal. Da war so ein... Ding, das uns zurückschickt. Aber... Wir benutzen ein anderes. Wir geben sich das hier, dass uns den einen... ... den einen wunderbaren, sehr nützlichen Erfahrungspunkt gibt. So. Jawoll. Wir wollen zurück. Mit dem kleinen Vogel da oben reden. Und die Blasenrüstung schon mal auswählen. Weil wir ja gleich zu den Meerjungfrauen müssen. Ich habe von der Magie des Phönix gehört, als ich die Seele des Berges besucht habe. Wenn du die reine Symbole eingesammelt hast, solltest du den König des Berges besuchen. Äh, das ist alles? Hä? Weil... Davon haben sie uns ja schon erzählt, aber... Es gibt keinen... Du gibst uns keinen von denen? Hm. Gut. Dann halt nüt. Wir wollen für den Meerjungfrauen, aber erst speichern wir ab. Jawoll, bitte. Speichern für mich ab. Jetzt bitte zu den Meerjungfrauen. Ich hoffe noch, dass ich zur richtigen Insel laufe. Ich glaube, es war eine der Inseln, die... Die war rechts. Ähm... Moment mal. Gucken wir mal kurz. Ne, das war ja so färter. So. Wir wissen jetzt, wo Vulkane... Na dann... Hier geht's lang. So, meine lieben Meerjungfrauen. Wir werden uns jetzt auch noch um die letzte Monsterhöhle hier kümmern. Und... Mal sehen. Sind wir richtig? Das war irgendwo hier? Das könnte es... Ich glaube, das war die richtige Gegend. Seegel... Immer noch recht... Halten immer noch recht viel aus. Und allerdings nicht mit uns. Ähm... Da geht's lang. Dann dürfte doch gleich so ein großer Strom kommen. Als ich das Spiel das erste Mal gespielt hab, bin ich hierher zurückgegangen. Dann das letzte Level. Und hab mich gewundert, warum die Monster so viel Schaden gemacht haben. Naja, das war ganz einfach. Ich hab vergessen, die Blasenrüstung wieder auszuziehen und durch die richtige Rüstung zu ersetzen. Und ich hab gedacht, das ist unmöglich, dieses Spiel zu spielen und das stundenlang aufzuleveln. Als ich die richtige Rüstung angezogen hab, war es kein Problem. Nein, das ist die falsche, das ist die Insel des Regens. Shit! Okay, dann war die Vulkaninsel wohl doch eine von denen, die, ähm, links war. Jetzt muss ich den ganzen Weg nochmal gehen. Tja... Ich bin falsch gelaufen. Was Blödes ist, ich hab jetzt irgendwie kein Thema über das ich mit euch reden könnte, während ich hier langlaufe. Ob mir irgendwas einfällt? Was mir jetzt einfällt, das sind diese Seelendeals und Kreisen. Zumindest in Terranigma sind die auch noch sehr präsent. Ich glaub, in Illusion of Time kommen sie auch öfters vor. War halt nicht ganz so präsent wie in Soulblazer und Terranigma. So in Terranigma kommen sie wirklich sehr oft vor. Davon sehen sie als unterschiedliche Sachen. Auf jeden Fall sollen es die Seelen von Toten sein. Hier in dem Fall sind das ja die Seelen der Leute vom Himmel, die uns begleiten. Also der Wesen vom Himmel, Leute, ist das falsche Wort. Und in Terranigma und in Illusion of Time sind diese Seelen, wenn sie vorkommen, ganz sicher die Seelen von Toten, die halt grad keinen Körper haben. Da gibt's verschiedene Sachen in diesen Seelen. Manchmal fungieren sie auch als Händler, also in Terranigma. Und dann finde ich sie immer ziemlich witzig, wenn die sagen Willkommen und so richtig fröhlich klingen. Wo sie ja eigentlich tot sind. Und wie können Seelen überhaupt etwas aufheben, wenn sie keinen Körper haben? Das ist alles sehr, sehr merkwürdig oder nicht? Hier... Hier gab's einen, der uns wieder zurückschickt. Dann müssen wir wohl hier lang. Ich glaub, das könnte die richtige Insel sein. Und? Jawohl! Das ist die richtige! Ach, unsere lieben Störfische, komm her! Ha! Das ist meine Rache! Die Rache für damals! Die Rache für die beiden Male! Als ich das habe spielen müssen! Das eine mit der Aufnahme. Das andere, weil's mir mein Spielstand verflossen hat. Wieso musste mein PC auch in dem Moment abstürzen? Als ich gerade abgespeichert habe. Wir freuen eine weitere Meerjungfrau. Nun, wir gehen noch zu dieser Meerjungfrau zurück, reden mit ihr und wenden dann den Part. Irgendwann, aber es gibt hier irgendwelche Dinger, die uns zurückschicken. Gab's hier auch einen. Mal kurz gucken. Ich sehe bis jetzt noch keinen. Ich sehe nur so einen Störfisch. Ach, ich lauf einfach. Für das, dass ich den jetzt gefunden habe, bin ich die Strecke ja zehnmal gelaufen. Ich nehm mich auch immer an die Arbeit. Manchmal, da will mein Chef, dass ich irgendein Wort im Schriftsatz suche und kopiere. Dabei hätte ich das zehnmal schneller geschrieben. Ich kann zehnfingertippen, den sich mit ca. 300 Anschlägen pro Minute oder so. Willst du so durch deinen ganzen Schriftsatz durchsuchen? Ach, hier war der. Jawoll. Bitte, lass mich zurück. Ich will jetzt irgendwas tun, nehme mir die richtige Rüstung. Soll mir nie wieder rassieren. So. Was ist mit dir? Vielen Dank, dass du mich befreit hast. Ich werde dir den heißen Stock geben. Der Phönix wohnt in diesem Stock. Nimm diesen Stock und besuche den König des Berges. Bingo. Das ist das erste... Ja. Heißer Stock. Die anderen gibt's noch. Aber nicht jetzt. So. Dann beende ich an dieser Stelle mal den Part. Im nächsten Part werden wir uns gleich wieder in Leos Labor sehen. Da will ich dann nämlich weitermachen. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns im nächsten Fall wieder. Hoffentlich schreibt mir doch in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal.